Es gibt Sachen, über die darf man nicht reden. Sachen, die früher passiert seien. Aber dass man nicht drüber reden darf, das heißt nicht, dass man es je vergessen kann. Es gibt nämlich Sachen, die lassen sich nie mehr vergessen. Wer bist? Ryder. Was willst du da bei uns? Wir machen also Billa, mit so einem Kasten. Du hast dich in Kölnmann-Armeen, aber nicht zu schön. Und du kommst echt aus Amerika? Ja. Gibt es da wirklich Indianer? Aha. Und wieso sprichst du dann Deutsch? Die Männer. Wer sind die? Die Söhne. Brennerbauern. Bist es du? Aha. Und deine Mutter? Von da an hat es nicht mehr lange gedauert. Wir seien lang bei uns, die Winter. Bevor es finster geworden ist. Bei uns im Tal. Ich möchte beichten. Ich habe das Wuntergebot gebrochen. Ich habe getötet. Wer bist du? Das, was damals geschehen ist, das erzählen sie gleich heute noch. Wann ist die Hochzeit? Weit. Ich will, dass du's bist. Tanz! Die Dautenglocken. Sie werden kommende mich suchen. Ebel im Leben. Sie werden zu uns kümmern. Nein. Ich komm zu denen. Die Freiheit ist ein Geschenk, das sie nicht jeder gern machen lässt. Die Spiele sind eröffnet. Ein Ort der Korruption. Ein Ort der Korruption. Was ist da draußen? Jetzt dachte ich mir. Wer also nennt ihr Werks her, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR